Lächeln! Ich liebe Selfies! Zeig mal her! Wednesday würde es dich umbringen, mal zu lächeln! Schau, es ist doch kein Problem! Du machst es einfach so! Warte, wo ist die Kleine? Hilfe! Haha, bye! Nein, Josie! Zink, schnapp sie dir! Stopp! Äffne das Portal! Ah! Oh nein! Sie ist durch das Portal gegangen! Wir müssen sie holen! Nur Meerjungfrauen haben Zutritt! Wir müssen uns etwas einfallen lassen! Wir verweinen uns in Meerjungfrauen! Ich gebe dir ein Makeover für Meerjungfrauen! Nee, ich habe nicht das Zeug dazu! Aber ich habe einen Plan! Oder? Make-up, Haare, Outfit, Flasse! Runter von mir! Au! Das tut weh! Wo ist das Mädchen? Ich habe eine Idee! Da bist du ja! Nimm das! Du! Ups! Bleib hier! Oh nein! Hab dich! Ich werde mir deine Jugend und deine Schönheit selbst nehmen! Nein! Oh yes! Es funktioniert! Hey! Schon wieder? Ich habe es vor einer Sekunde aufgeladen! Deshalb war es bestimmt im Angebot! Mir geht's gut! Ein Glück! Ja! Noch! Das Make-up ist weg! Zeit für ein Meerjungfrauen-Nahrungsserum! Ich liebe toten Köpfe! Meine Augenpads! Sie schwimmen gleich weg! Was? Ich hasse Schwimmen! Ah! Käfer! Ein Netz? Ich habe eine Idee! Ich werde Ruhsch wie Schuppen auftragen! Oh wow! Was ist das für ein komischer Lärm? Reptilios! Aspidus! Poisinus! Du kannst mich retten! Das ist ja furchtbar! Ich kann gar nicht hinsehen! Mehr Jungfrauen-Lidschatten! Auf geht's! Mehr Lila und Rosa! Und etwas Blau! Noch ein paar Wimpern! Und ich bin fertig! Hey! Die Muschel lässt sich nicht öffnen! Ich helfe dir! Danke! Die Peinen werden zu deinem Make-up passen! Schwarz! Für dich! Es gibt einen ganzen Haufen davon! Hoffentlich kriegen wir das bis zum Abend hin! Danke, Inet! Und Perlen für mich! Die Idee gefällt mir! Ich versuch's mal! Erledigt! Jetzt sind die Lippen dran! Die Schale wird mir helfen! Womit soll ich meine Lippen schminken? Ich weiß! Insekten-Mehl! Tinten-Fisch-Tinte! Nur noch mischen! Und tada! Ändern wir die Augenfarbe? Klingt super! Tiefseefarbe! Und Azurblau! Das war's! Wir müssen schnell zum Portal! Das wird nicht klappen! Wir sollten das Make-over auf ein neues Level bringen! Du gehst nirgendwo hin, wenn du so weitermachst! Was? Kümmere dich selbst um deine Monster-Freunde! Wo ist sie? Sie ist schon wieder weg! Bleib stehen! Autsch! Was? Wieso hat sie mich so schnell gefesselt? Du bleibst hier! Oh, Mist! Jetzt sind die Haare dran! Wie auch immer! Zuerst kennen wir deine Zöpfe! Ich dachte, das wäre einfacher! Autsch! Könntest du dich bitte beeilen? Ein Make-over für mehr Jungfrauen ist doch total aufregend, oder? Das macht wirklich Spaß! Was hat sie mit der Schere vor? Ich frage mich, ob mehr Jungfrauen Kaffee trinken! Ich schneide dir ein Pony! Ich bringe das in Ordnung! Ich kriege das schon hin! Geschafft! Aber wir brauchen noch eine Tiara! Ich bin allergisch gegen Farben! Was sollen wir tun? Stimmt! Ja! Ich werde eine Menge Muscheln fangen! Siltong wäre auch schön! Du wirst ganz verrückt danach sagen! Da bin ich mir nicht so sicher! Etwas Kleber und schwarze Farbe! Und... Tada! Wow! Was sagst du? Oh, das ist der Wahnsinn! Und noch ein paar Pärchen! Aber... Was ist mit meinen Haaren? Ich hab da ne Idee! Schau mal, was ich gefunden hab! Extensions! Für mich? Ich muss sie nur noch ein bisschen aufpeppen! Eine Tiara! Und ich bin bereit! Auf zum Portal! Öffne dich! Es lässt sich nicht öffnen! Wir müssen mit unserem Makeover weitermachen! Tu das nicht! Oh, du! Mach dich auf einen Kampf gefasst! Wenn du darauf gestehst! Ich war mein Champion in der Schule! Das soll wohl ein Witz sein! Mir geht's nicht gut! Das hat Spaß gemacht! Wo ist das Mädchen? Ich hab es fast geschafft! Du bleibst! Hier gibt es Klamotten für uns beide! Ich hab jetzt schon Angst! Oh, ist das aufregend! Mal sehen! Rosa? Mir ist schlecht! Blau! Vielleicht an einem anderen Tag! Weg damit! Paletten! Hier! Das wird langsam echt nervig! Weg da! Das muss doch etwas geben, was ich gebrauchen kann! Schwarz! Na endlich! Ich schneide ein paar Teile heraus und... Ich bin fertig! Autsch! Wow! Das steht mir super! Oh, Wednesday! Du siehst fabelhaft aus! Lass uns zum Portal gehen! Öffne dich! Öffne dich! Ein neuer Tag! Eine neue Aufgabe! Wir brauchen Flossen! Der Blaster ist vollgeladen! Du kannst was erleben! Warum? Ich mach keinen Rückzieher! Au, das tut weh! Na, warte! Ha! Aufgepasst! Falltreffer! Schau, ein Nagelstudio! Dieser Schleim ist für dich! Mein Akkuschrauber! Oh je! Ich hoffe, ich kann den Blaster reparieren! Da muss etwas sein! Oh, wie ist das denn hier gelandet? Warte! Unglaublich! May und Franz Schuppen! Wednesday! Das Portal könnte uns mit den Puppen reinlassen! Das könnte klappen! Lauf! Oh nein! Die Puppen sind reingekommen! Und wir sind immer noch hier! Jetzt wird's ernst! Was ist das denn? Oh, süße Puppen! Ihr müsst aufs Töpfchen gehen! Was machen wir jetzt? Oh, klar! Warum hab ich nicht schon früher daran gedacht? Ich mache eine Flosse aus einer Decke! Dann klebe ich sie mit Klebeband fest! Wednesday! Wie sehe ich aus? Schrecklich! Man sieht nicht mal, dass es eine falsche Flosse ist! Du hast Wahnvorstellungen! Es wird klappen! Du wirst schon sehen! Portal! Öffne dich! Was? Warum? Kopfhoch! Ich hab einen Plan! Wir schneiden Flossenteile aus! Nähen sie zusammen und schon sind wir fertig! Wow! Und noch Glitzer! Jetzt ist es viel besser! Ich will auch eine! Ich hab auch eine Flosse! Oh, wow! Geschafft! Jetzt wird sich bestimmt das Portal öffnen! Es muss einfach klappen! Was? Es fehlt noch ein Prozent? Ihr Lieben, drückt bitte den Like-Button, um uns zu helfen, das Portal zu öffnen! Bitte! Versuchen wir es nochmal! Wo sind wir? Echte Meerjungfrauen? Ich seh nur Dinge! Sie sind hier! Was? Hört das denn nie auf? Sing! Du weißt, was zu tun ist! Nein! Lass mich los, du blöde Hand! Josie! Ich werd dir helfen! Ine! Vielen Dank! Wir müssen von hier verschwinden! Warte! Ich hab noch etwas zu erledigen! Ich muss mich an der Hexe rächen! Tolle Idee! Na, warte! Du hast es verdient! Wir haben die böse Hexe besiegt! Yippie! Ich muss nach Hause! Wir öffnen das Portal! Ja! Wir sind wieder ganz die Alten! Es fühlt sich so gut an! Komm schon, du! Lächeln! Das ist der beste Tag in meinem Leben! Oh ja! Dich brauch ich! Du kommst mit mir! Die Hexe entführt das Mädchen! Sing! Das ist dein Portal! Öffne dich! Komm! Wo ist das Problem? Das Portal ist nur für mehr Jungfrauen? Na dann, müssen wir mehr Jungfrauen sein! Das Mädchen ist in Schwierigkeiten! Wir müssen uns beeilen! Die Hexe bringt schlechte Nachrichten! Was ist das? Ninja Sterne! Oh! Hm! Ein Makeover-Programm für mehr Jungfrauen? Frisur, Make-up, Flosse, Outfit! Hm! Los geht's! Home sweet home! Dieser Stuhl ist für meine Ehrengäste! Was hast du vor? Das ist ganz einfach! Dich erwartet das Gleiche wie alle anderen! Ich verwandle dich in ein Spielzeug wie sie alle! Nein! Das wird lustig! Du wirst es mögen! Hey, was ist denn los? Geht der Blaster nicht? Schlechtes Timing! Gut, wir können warten! Dummerchen, das wird dich nicht retten! Oh, eine Brasche! Die hab ich gesucht! Wo ist das Mädchen? Hey! Ich liebe deine Haare! Lass uns die Schminktasche durchwühlen! Ich liebe Gesichtsmasken! Schnecken sind sehr nahhaft! Ew! Mehr Jungfrauen-Make-up? Ich hab deine Idee! Ich werd mir dieses Netz ausleihen! Nur ganz kurz! Oh ja! Mehr Rutsch! Fabelhaft! Kaffeesatz! Perfekt! Alles ist bereit! Ich werd die Augen niedermachen! Und füge ein paar Pern hinzu! Genial! Oh, wow! Komm, Krake! Teile deine Tinte! Das ist so nett von dir! Das ist der beste Eyeliner aller Zeiten! Meine Wimperntusche ist viel einfacher zu benutzen! Ein letzter Schliff! Die Lippen! Die Lippen! Erledigt! Wow, Wednesday! Ich muss zugeben, ich mag es! Das war's mit dem Glam! Lass uns das Mädchen retten! Aufmachen! Wir brauchen mehr mehr Jungfrauen-Stimmung! Du bist sowas von erledigt! Eine Nachricht? Jemand will durch das Portal gehen? Ein netter Versuch! Ist sie wieder verschwunden? Wo bist du? An! Aus! Hey! Du entkommst mir nicht! Nein, nein, nein! Wie kann ich die Hexe besiegen? Kommentiert unten! Luftballons! Ja! Nimm das, Hexe! Autsch! Haare! Das krieg ich hin! Haarwachstumsverstärker! Ich glaub, diese Menge reicht aus! Hier! Hm! Haar! Meine Haare! Es sieht süß aus! Und was ist mit meinen Haaren? Ich werd dir helfen! Vertrau mir! Ich bin allergisch gegen Würsten! Deine Zöpfe gehen nirgendwo hin! Wir werden sie ein bisschen aufpeppen! Ein paar Pärren! Wow! Wow! Hm! Das war's aber noch nicht! Muscheln und schwarze Farbe! Wir geben eine Meeresthiara! Hm? Wow! Ah! Mal sehen, ob wir das Portal jetzt öffnen können! Nee, es reicht immer noch nicht aus! Warum? Hörst du wohl auf? Au! Au! Wow! Wer bist du? Willst du mich herausfordern? Das ist ein großer Fehler von dir! Na gut! Hier! Jetzt bist du dran! Wer war das? Was sagst du dazu? Hey! Wie kann es sein, dass wir nicht gut genug sind? Oh! Ein Paket! Mal sehen! Hm? Oh! Eine Karte! Sie füllt uns zu den Klamotten der Meerjungfrauen! Hm! Wow! Ich hab's gefunden! Links! Ich hab das Zeug! Rechts! Hm! Wednesday! Warte! Nach Norden! Die Karte hat uns nicht im Stich gelassen! Du siehst promptenmäßig aus! Lass uns zum Partei gehen! Öffne dich! Schon wieder nicht! Was noch? Du! Komm raus und kämpfe! Nein, Schatz! Schwerter! Schere ich dein Papier! Na gut! Ich hab gewonnen! Und du hast verloren! Nimm das! Oh! 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 Er hat es verdient! Er ist verletzt! Eine Flosse? Hm! Prima! Mehr Klebeband! Eine Mehltüte? Yes! Und tada! Äh! Was ist das denn? Sieht echt aus! Überprüfe es! Das wird niemals funktionieren! Mach auf! Was? Immer noch nicht? Das ist ungerecht! Wir werden sie niemals retten! Hör auf auszuflippen! Wir werden uns ein paar Flossen besorgen! Ich liebe sie! Wo ist deine Flosse? Warte! Die ist nicht gut! Weißt du? Die hier ist schön! Und schon haben wir Flossen! Ah! Was ist das für ein Ort? Wie sind wir hier gelandet? Wir sind durchgefallen! Ups! Äh! Was macht ihr denn hier? Ihr wisst doch, dass das Privatbesitz ist! Oder? Hilfe! Hm? Was? Oh! Das ist nur Ketchup! Nein! Meine Pommes! Wack es nicht, sie anzufassen! Ich teile nicht! Oh je! Schnell weg hier! Stopp! Etwas frisches Mentor würde ich aufhalten! Oh nein! Ich stecke fest! Haha! Sollen wir es versuchen? Klar! Mach auf! Was? Ein Prozent fehlt noch? Wir haben uns so viel Mühe gegeben! Bitte drück den Like-Button! Helft uns das Portal zu öffnen! Es hat geklappt! Danke! Beeil dich! Ich hoffe, wir schaffen es! Hilfe! Jetzt hilft dir keiner mehr! Der Glasser ist voll aufgeladen! Ja! Du hast es geschafft! Du hast alles durcheinander gebracht! Sing! Mach's schon! Sieh mich unglaublich! Hey! Kleine! Keine Sorge! Du bist in Sicherheit! Oh danke! Oh nein! Inet! Ew! Du hast verloren! Was ist hier los? Huh? Bye! Nein! Ups! Inet! Wo bist du? Oh nein! Inet! Sie ist weg! Bitte! Hilf mir, meine Freundin zu finden! Sie ging auf die Wasserrutsche und kam nicht mehr zurück! Hast du sie gesehen? Nein! Kein Eis! Kein Streit! Kein Gesang! Keine Akkordeons! Kein Lärm! Kein Gaffen! Kein Stalking! Hä? Nichts ist erlaubt! Du darfst nicht reinkommen! Ich mag keine Regelverstöße! Oh, wie schön! Heute ist mein Glückstag! Versuchst du dich reinzuschleichen, Wednesday? Lass das sein! Du bist schon wieder hier? Ich werde in die andere Richtung gehen! Du hast die falsche Größe! Husch! Ich habe eine Idee! Schwimm weiter! Hey, du bist doch nicht da, um zu schwimmen! Wow! Halt! Und tschüss! Gut, dann bleibe ich eben hier stehen! Und ich spiele mein Lieblingsspiel! Tum Tum Blitz! Ich habe es fast geschafft! Yeah! Hm! Was spielt sie denn da? Oh, nach links! Nein! Gib her! Er ist süchtig nach meinem Spiel! Tum Tum Blitz macht so viel Spaß! Ich habe gewonnen! Jetzt geh! Gut, dann spiele ich eben weiter! Ihr könnt dieses Spiel mit diesem QR-Code herunterladen! Es ist ein Wolf in meinem Herzen! Hm, was ist denn hier los? Das ist gegen die Regeln! Hier bin ich! Nein, nicht singen! Außerdem klingt das schrecklich! Okay! Was? Padam, padam, la 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 la! Pa-dam? Hm. Nicht singen! Und keine Gitarre spielen! Hm. Hm. Okay. Hey! Das ist eine aufblasbare Gitarre! Ist die etwa auch verboten? Hafen, Trompeten, Saxofone, Klaviere, Schlagzeuge! Oh, aufblasbare Gitarren stehen nicht auf der Liste! Hm. Ich hasse es zu warten! Sing! Kümmere dich darum! Was ist auf meinem Kopf? Eine Spinne! Nimm das! Perfekt! Hm. Kann ich reingehen? Danke! Hm. Ich liebe Eiscreme! Eiscreme ist nicht erlaubt! Oh, bitte! Bitte, bitte, bitte! Oh, du bist einfach zu süß! Hi! Ich bin Inet! Hm? Mein Eis! Nicht Wein! Reicht das? Ja! Okay. Ich bin's! Inet! Kann ich durchgehen? Aber du hast doch... Okay. Gut. Ist das Eiscreme? Stopp! Hm. Okay. Hm. 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 Gefangen! Wednesday? Ich muss los! Es ist Zeit für Plan B! Oh ja, das wird sich lohnen! Oh. Hm. 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 Sie rufen mich! Wow. Sie ist es wirklich! Was willst du? Du bist es! Super, Josie! Die stärkste, mutigste und klügste Heldin, die diese Stadt je hatte! Ja. Das bin ich. Also, was gibt's? Wir haben ein Problem. Ihr Name ist Wednesday. Verstehe. Hm. Wo ist sie? Oh, da! Hä? Oh oh. Inet! Bleib stehen! Hm. Oh ja. Meine Schicht fängt an. Wo ist sie denn? Da bist du ja! Wo ist Inet? Da drüben! Bye! Ha! Hab dich! Was? Das war Wednesday? Ich hab sie wieder verpasst! Inet! Komm raus! Wo versteckst du dich? Du schaust zu tief, Wednesday! Wo ist Inet? Sie hat mich nicht gefunden! Hm. 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 Hilfe! 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 Ich hab auch Angst. Ihr Lieben, bitte helft uns. Lass dein Like da, damit der Hai uns nicht frisst. Oh, danke. Ihr seid die Besten. Super, Josie. Bist du das? Ich hab alles unter Kontrolle. Wednesday ist da drüben. Die große Rutsche oder die kleinere? Ich wette, Enid ist auf die kleinere gegangen. Das ist die größte Rutsche aller Zeiten. Janet, wer schreit denn da? Ich komme. Aber ich nehm die Treppe. Du, du. Sieh mal, eine Meerjungfrau. Wo? Rennst du? Keine Erwachsenen in diesem Pool. Nur Kinder. Oh, stimmt. Ich geh jetzt. Ja, sie ist da drüben. Los geht's. Danke, Colin. Jetzt lass uns da lang gehen. Ich komme super, Josie. Da lang. Ja. Ja. Schmeiß die Leute raus. Erledigt. Wo ist Wednesday? Keine Ahnung. Ich wollte nur ein Eis essen. Ich muss dieses Plakat aufhängen. Oh, das ist der perfekte Platz dafür. Hä? Hm. Wer ist das? Wir werden sie finden. Oh. 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 Da ist sie. Oh nein. Sie sind hinter mir her. Ine. Ich bin dein größter Fan. Oh. Willst du spielen? Ich vermisse meine Freundin. Ich mach das schon. Ha. Du brichst die Regeln. Fängläser sind nicht erlaubt. Nichts spannen. Du hast die Regeln gebrochen. Na gut. Dann klären wir das ein für allemal. Okay. Wednesday. Ich hab schon überall nach dir gesucht. Komm mit. Wednesday. Ich bin sauer auf dich. Ihr seid doch beste Freundinnen. Auf keinen Fall. Streiten ist gegen die Regeln. Versöhn ist erlaubt. Freunde. Freunde. Besties für immer. Juhu. Hey, Colin. Komm und mach mit. Was für ein schöner Tag.